Wann denn da alles so schön ist? Ja, mal diese Durchgänge. Ich glaube, da bleib ich auch bei den Originalen, oder? Ich weiss nicht. Aber irgendwas mit richtig brutalen Auspuffrohren. Mittelrohrauspuff will ich nicht. Ich würde schon gerne seitliche. Oh, das geht klar. Mein Gott, jetzt zoomen wir doch nicht rein, als wärst du besoffen. Mensch, die Kamera ist teilweise echt ein bisschen... Echt ein bisschen... Ich geh doch noch näher daran, damit ich überhaupt nichts mehr erkenne, was ich hier gerade dran tue.